Liebe Madian, schön dich zu sehen. Ja, ebenfalls. Sagt sie zu mir. Ich meine, sieht mich doch gar nicht. Ja, was denkst du? Soll ich lieber sagen, schön dich zu ertasten? Vielleicht. Nein, natürlich verwenden blinde Menschen auch Worte wie sehen und schauen und blicken. Also auch Begriffe wie zum Beispiel, schauen wir mal, dann sehen wir schon, wiedersehen, oder? Oder schau her mal da, schau mal da. Ist auch bei euch ganz, ganz, ganz üblich, oder? Ganz üblich, ja, genau. Also keine Hemmungen, einfach Fragen, Reden, miteinander kommunizieren.